Was machst du denn gerne? Was sind so deine Hobbys? Ich mache gerne was mit meinen Freunden. Ganz entspannt gehe ich durch den Tag, gehe gerne in die Stadt, irgendwo einen Kaffee trinken, gehe oft mal ins Kino auch. Solche Dinge, alles relativ locker. Mit Freunden treffen, gutes Stichwort. Wir haben an dieser Stelle nämlich einen gefunden, der wollte ganz gerne mal was von dir wissen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das bin ich gespannt. Hallo Jerry, ich hoffe dir geht's gut. Wie hast du dich denn in Dortmund eingelebt? Grüße aus Hoffenheim. Ja, dein früherer Teamkollege Kevin Akpogoma, sag doch mal. Wie ich mich eingelebt habe, ja, relativ gut jetzt mittlerweile. War am Anfang ein bisschen schwierig für mich. Ich bin noch nicht so oft gewechselt, das war ja auch mein erster Wechsel. Deswegen war es so in der Mannschaft ankommen, das ist nicht schwierig, aber es ist eine ungewohnte Situation. Dann auch jetzt hier eben sich einzuleben, eine Wohnung hat ein bisschen gedauert, bis das alles geklappt hat und sich eingependelt hat. Es hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile bin ich gut im Team angekommen, denke ich. Ich verstehe mich mit sehr vielen Leuten sehr, sehr gut und auch in der Stadt habe ich schon ein bisschen was gesehen. Und meine Wohnung ist fertig, deswegen bin ich langsam da.